Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu meinem Facebook Live Video Chat hier direkt aus dem Deutschen Bundestag in Berlin. Und wie ihr vielleicht hinter mir erkennen könnt, bin ich endlich mal wieder in der Nähe des Reichstages. Und wie ihr auch in meinem Bildschirm erkennen könnt, sitzt neben mir mein cooler Praktikant, der Martin Broll. Und mir gegenüber sitzt Simon Lavo, der Mitarbeiter aus meinem Büro, den ihr sicherlich alle kennt. Wir haben uns heute dazu entschlossen, euch mal wieder live zu Diskussionen aufzufordern. Deshalb macht mit, schreibt eure Fragen da unten rein und ich versuche sie dann zu beantworten. Aber ganz wichtig, interagiert, schreibt rein, wenn ihr Fragen habt. Ich habe von mir aus, wie ihr das kennt, wieder einige Themen mitgebracht. Aber die Frage, die ich von meiner Seite aus zuerst stellen will, ist, klappt der Ton? Das ist immer die größte Herausforderung für uns, mit diesen komischen Apple-Geräten den Ton hinzubekommen. Also schreibt mal, ob der Ton funktioniert. Heute ist so ein Tag, da weiß man nicht so genau, ob man weinen oder lachen soll. Mir ist ganz offen gestanden, sehr nach Weinen zumute, auch weil ich den gestrigen Tag noch so ein Stück weit in den Knochen habe. Und wer von euch die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen mitverfolgt hat, wer von euch die Wahlergebnisse abends gesehen hat, der kann nur sagen, es war kein schöner Tag für die Sozialdemokratie. Gleiches gilt für die Wahlen in der Südpfalz. Wir hatten drei kommunale Wahlen mit Beteiligung der SPD und wir haben alle drei Wahlen verloren. Wobei ich sagen muss, dass Nicole Zor, unsere Landratskandidaten, ein echt sehr, sehr achtbares Ergebnis erzielt hat. Deutlich über 30 Prozent geholt gegen einen Amtsinhaber und sie als junge Kandidatin. Die hat das wirklich großartig gemacht. Und deshalb geht mein Dankeschön an alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die gekämpft haben, die raus und unterwegs waren und für ihre Kandidaten wirklich alles gegeben haben. Großartig, das habt ihr toll gemacht. Die erste Frage zu den Wahlkämpfen, die kommt von Ralf Schnell, der mich fragt, und was ist jetzt mit NRW, also wie es dort mit den Koalitionen weitergeht, liegt erst mal in der Hand von Armin Laschet. So habe ich das zumindest verstanden. Die CDU hat die Wahl gewonnen und deshalb ist es an denen jetzt mal zu sagen, wie es weitergeht. Wir haben leider die Wahl verloren. Hannelore Kraft hat die Konsequenzen daraus gezogen, ist zurückgetreten und man wird jetzt sehen, wie es mit der SPD in Nordrhein-Westfalen weitergeht. Die Frage, die sich viele stellen und die mir auch schon gestellt wurde, ist, was ist eigentlich mit diesem Schulz-Zug, was ist mit dem Hype und wie geht das jetzt alles weiter? Ich glaube, es war im Frühjahr tatsächlich ein Hype um Martin Schulz. Auch diese 100 Prozent, es war eine richtig gute Stimmung. Wir haben auch gesehen, welches Potenzial die SPD hat und in welche Richtung wir kommen können. Dann wurde es tatsächlich relativ still. Es wurde viel über Landespolitik diskutiert, es wurde viel über Schleswig-Holstein, über Nordrhein-Westfalen gesprochen, auch über das Saarland. Und irgendwie kam Martin dabei, zumindest was die politische Öffentlichkeit und Themen der SPD anbelangt, nicht so wirklich vor. Ich weiß, dass er viel gekämpft hat, er war viel unterwegs, aber es ist jetzt, und das ist mein Blick in die Zukunft, definitiv an uns, mit den sozialdemokratischen Themen rauszugehen, deutlich zu machen, wofür wir stehen, Martin in den Vordergrund zu schieben. Und dann bin ich ganz sicher, kann dieses Potenzial, das die SPD ja hat, wir haben es gerade gemerkt, dann kann dieses Potenzial auch gehoben werden. Aber am Endeffekt liegt es natürlich auch an uns, an den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Wir müssen rausgehen, wir müssen die Menschen überzeugen, wir brauchen überzeugende Themen und wir brauchen überzeugende Argumente. Und dann werden die Leute auch SPD wählen. Ein Thema, das mich tatsächlich auch weiter beunruhigt, ist das Thema Türkei. Der eine oder andere hat vielleicht schon bei mir auf Facebook gelesen, Ich hätte morgen nach Incilik reisen sollen, um die deutschen Soldatinnen und Soldaten, die dort stationiert sind, zu besuchen. Leider haben wir von der Türkei mal wieder eine Absage bekommen. Das heißt, wir Abgeordnete dürfen nicht in die Türkei reisen, wir dürfen nicht die Soldatinnen und Soldaten besuchen. Und für mich hat das klare Konsequenzen. Also ich habe nicht nur morgen einen Tag, den ich jetzt mit anderen Terminen füllen muss, sondern ich habe heute auch die Forderung aufgestellt, gemeinsam mit anderen, dass die deutschen Soldatinnen und Soldaten umgehend aus der Türkei abgezogen werden müssen. Die Türkei ist eigentlich unser militärischer Partner. Aber wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, wie die Türkei reagiert, wenn die Türkei vielleicht sogar versucht, uns zu erpressen bei manchen Themen und uns versucht, in eine gewisse Richtung zu drängen bei innenpolitischen Entscheidungen bei uns, dann muss ich sagen, endet für mich auch ein Stück weit die Geduld. Und wir müssen diesen Einsatz in der Türkei umgehend abbrechen. Bei welchem Punkt ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist, ob wir die Soldaten bzw. die Flugzeuge nach Jordanien oder nach Zypern verlegen oder ob wir sagen, die militärische Notwendigkeit besteht nicht mehr. Der sogenannte Islamische Staat ist besiegt und Deutschland kann kaum noch einen Anteil dazu leisten. Das werden wir jetzt im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages diskutieren und werden dann entscheiden, wie es weitergeht. Aber ein Punkt ist klar und dafür steht auch die SPD, es haben alle gesagt, wir ziehen die Soldaten aus Inchelik ab. Was ich nicht so ganz verstehe, ist die Reaktion der Kanzlerin. Die Kanzlerin hat vorhin erklärt, dass die Lage misslich ist. Ich glaube, das war genau das Wort, das sie verwendet hat. Und da wünsche ich mir doch etwas mehr Eifer und etwas mehr Aktion. Die deutsche Bundeskanzlerin muss klar machen, dass man auch so nicht mit uns, mit dem Parlament umgehen kann. Vor allem, wenn man in einer militärischen Partnerschaft ist. Und das ist der Punkt, liebe Freunde, da werde ich jetzt tatsächlich sehr, sehr nachdenklich. Ich glaube, wir müssen auch in Zukunft darüber nachdenken, wie diese militärische Kooperation insgesamt mit der Türkei weitergehen kann. Weil unter Freunden ist diese Art des Umgangs tatsächlich nicht mehr hinnehmbar. Die Türkei versucht uns bei dem Punkt zu erpressen. Die Türkei spielt mit uns, die Türkei spielt mit der öffentlichen Meinung und eigentlich gehört zu einer Partnerschaft Verlässlichkeit. Und deshalb, ja, ihr hört es mit einem tiefen Seufzen, glaube ich, uns stehen da einige Diskussionen noch ins Haus. Ich fand immer, dass die Freundschaft und das Bündnis mit der Türkei besonders und sehr wichtig waren. Auch weil ich mich sehr verbunden fühle mit der Türkei, weil ich selbst häufig dort war, weil ich viele Freunde mit türkischen Wurzeln habe. Und ich mir wünsche, dass die Freundschaft mit der Türkei eine sehr, sehr wichtige Freundschaft ist. Und auch weil ich die Türkei nicht verlieren will. Nicht an Russland verlieren, nicht in eine andere Richtung verlieren. Ich möchte nicht, dass die Türkei diesen Weg weitergeht. Aber ich glaube, wir sind da jetzt an einer Kreuzung und werden uns entscheiden müssen, in welche Richtung es geht. Traurig aber wahr. Ich will euch nochmal dazu auffordern, stellt eure Fragen, schreibt die da rein. Ich habe jetzt die eine oder andere Reaktion. Eine Frage habe ich noch nicht bekommen. Deshalb schreibt gerne unsere Fragen rein. Vorhin hat jemand geschrieben, ich scrolle mal hoch, dass der Stream immer wieder zusammenbricht. Lieber Sebastian Weisgerber, ist das bei allen so? Ich hoffe nicht. Das ist nämlich die einzige Rückmeldung, die ich bekommen habe jetzt zu diesem Punkt. Deshalb schreibt mir gern, wenn das bei allen so ist, dann versuchen wir was an der Verbindung zu machen. Scheint mir aber nicht der Fall zu sein. Ich kann euch mal verraten, wie die Woche hier für mich weitergeht, während ihr eure Fragen reinpostet. Ich werde am Donnerstag zum Bundeswehreinsatz in Mali, im Deutschen Bundestag, also in dem Raum hier hinter mir sprechen, werde den einen oder anderen Punkt aufzeigen. Vielleicht auch mit Blick auf die Diskussion, die wir auch mit Ministerin von der Leyen in der letzten Woche geführt haben. Und lasst mich dazu vielleicht noch drei Sätze sagen, die ich auch in meinem letzten Live-Chat gesagt habe, aber gern wiederhole. Ich halte nichts davon, der Bundeswehr und den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr so allgemein ein Haltungsproblem zu unterstellen. Ich glaube, da hat die Ministerin nicht nur einen großen Fehler gemacht, sondern hat auch dazu beigetragen, dass die Verbindung zwischen Soldaten und der politischen Gesellschaft leicht gestört ist. Wir als Deutscher Bundestag und meine Fraktion, wir stehen hinter den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Wir werden dafür kämpfen und uns dafür einsetzen, dass die Beziehungen, die wir haben und den Rückhalt, dass die deutlicher vortreten, aber auch, dass die Arbeitsbedingungen für Soldaten besser werden. Ich finde, wir müssen auch jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, was diese Diskussion anbelangt mit Kasernen und Benennungen und Ähnlichem. Für mich ist das zum Teil auch wieder so ein Ablenkungsmanöver und eine populistische Maßnahme. Und das zeigen, dass man aktiv ist und irgendwas macht. Ja, es gibt anscheinend diese rechtsradikalen Umtriebe in manchen Bereichen der Bundeswehr. Pauschal darf das nicht dazu führen, dass wir über alle Soldatinnen und Soldaten sagen, dass es so ist. Ich glaube, wir müssen gegen diese vermeintliche Terrorzelle vorgehen und deutlich machen, was wir davon halten und auch die Maßnahmen, die wir haben, ergreifen, um aufzuklären. Aber tatsächlich aufzuklären und nicht nur mit einer Art Aktionsagenda und Ankündigungen zu arbeiten, sondern einfach deutlich dagegen vorgehen. Und das lässt die Ministerin momentan noch etwas vermissen. Jetzt lasst mich mal gucken. Ich kriege gerade einen Zettel reingeschoben mit Fragen. Semien hat gefragt, was genau machen Soldaten in Inchelik? Das sind unsere Luftwaffen-Soldatinnen und Soldaten, die an der internationalen Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat mitwirken. Unsere Aufklärungsflugzeuge starten in Inchelik und fliegen über Syrien und dem Irak und liefern Bildern für die Einsätze. Max Berger fragt, NRW-Opposition oder Koalitionsbereitschaft? Deine Meinung dazu? Also erstens, ich will den Kolleginnen und Kollegen in NRW natürlich nicht reinreden, aber ich glaube, man sollte alles vermeiden, um in eine große Koalition zu gehen. Die FDP wird jetzt auch mal erklären müssen, ob sie sich nur auf diesen hohen Prozentsatz hat wählen lassen, um die Opposition zu gehen oder ob sie schwarz-gelb wieder möglich machen wollen. Aber eine große Koalition, ich halte da wenig davon. Gleichzeitig ist es den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern und auch den Entscheidenden in NRW überlassen. Torben Kornmann sagt, um den Schulz-Zug am Laufen zu halten, werden meiner Meinung nach jetzt Kohlenthemen, konkrete Maßnahmen, Aussagen gebraucht, um einen guten Wahlkampf zu führen. Torben, ich bin absolut deiner Meinung. Nächste Woche wird der Parteivorstand, wenn ich das richtig gehört habe, Teile des Wahlprogramms vorlegen und ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich habe meine Themen, auf die ich warte, vor allem soziale Gerechtigkeit, vielleicht ein Stücksatz zum Thema Steuern. Ich erwarte mir auch das eine oder andere zum Bereich der Sicherheitspolitik, weil auch den Bereich will ich nicht allein der Union überlassen, aber da wird einiges geliefert werden und dann, liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns rausgehen. Ich werde für Martin Schulz als Bundeskanzler kämpfen und darum, dass die SPD eine Mehrheit erzielt, auch weil ich keine Lust mehr auf Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser Funktion und dieser Rolle habe. Auch diese Äußerung wieder zu Inchillig mit diesem Begriff misslich hat gezeigt. Wir brauchen einen Bundeskanzler, der etwas mehr Kante zeigt und auch deutlicher in den politischen Prozess eingreift und eine Meinung hat. Jetzt lasst mich nochmal nach unten scrollen. Sebastian Weisgerber fragt, wie lange werden unsere Soldaten noch in Mali bleiben? Gibt es da Pläne, wie lange es noch dauern wird? Genau darüber verhandeln wir und auch genau darum wird es am kommenden Donnerstag in meiner Rede gehen. Ich hätte nämlich auch gern diese Perspektive, es darf kein endlos Einsatz bleiben. Wir brauchen ein klares Exit-Szenario, aber solange wir gebraucht werden und solange wir die Soldaten auch der malischen Armee noch ausbilden, werden wir dort bleiben. Aber es wird, und ich vermute, deine Frage geht auch in die Richtung, ein Exit-Szenario geben müssen. So, jetzt stelle ich gerade fest, 10 Minuten sind um. Das ging mal wieder ratzfatz. Ich will euch aber alle motivieren. Die Diskussion muss natürlich mit dem Live-Chat nicht enden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die mir gern bei Facebook. Schreibt die mir gern auch per E-Mail, thomas.hitschler-at-bundestag.de Aber vor allem bleibt mir gewogen und folgt mir weiterhin bei den coolen Diskussionen, die wir hier miteinander führen. Viele Grüße aus dem Deutschen Bundestag, viele Grüße dahin, wo ihr überall seid. Alles, alles Gute, lasst euch gut gehen. Tschüss!